Das zweite Supersport-Rennen hier am Red Bull Ring. Nochmal der Blick auf die Startaufstellung Günther Knobloch. Also von der Pole Position aus geht er ins Rennen vor. Jesko Günther, Daniel Sutter und Roman Raschle. Dann Kerschbaumer in Reihe 2, genau wie Mark Moser, David Linordner und Lukas Pesek. Und in Reihe 3, da haben wir dann die nächste Suzuki, Jan Bühn, Marco Kolandreier, Jaroslav Czerny und Christian von Gunten auf der Kawasaki. Und damit kann es reingehen in die Warm-Up Lab, also in die Einführungsrunde. 26 Fahrer und Fahrerinnen hier noch am Start. Daniel Puffe, der musste ja passen, hat sich ja am ersten Rennen verletzt. Und jetzt schauen wir auf diesen Start und 17 Runden sind wieder hier zu fahren. Ganz rechts außen, das ist Günther Knobloch, dann Jesko Günther und Daniel Sutter. Wer kommt am besten weg? Das ist Knobloch, der richtig gut wegkommt. Aber auch Sutter und Jesko Günther kamen nicht schlecht weg. Schauen wir in die erste Kurve hinein. Also Roman Raschle hat sich da die Führung übernommen. Hinten wird es eng, allerdings diesmal geht alles gut. Also im Vergleich zum ersten Rennen kommen diesmal alle gut durch die erste Ecke. Und wieder beide Cavas vorne. Das hatten wir ja auch im ersten Rennen dann oben beim Anbremsen auf die zweite Kurve. Dann dürfte das schon Jesko Günther sein, der da auf Position 3 oder 4 liegt. Also war nicht mehr genau zu erkennen. Nochmal aus der Sicht von Daniel Sutter der Start. Hinter ihm direkt David Lenordner. Auch die dritte Kaba, Christian von Bunden kam gut weg. Hier Sutter vorbei an Kerschbaumer, Moser. Auch an Jesko Günther. Und Lukas Pesek. Dann geht der Knobloch noch vorbei. Und jetzt ist er dann also direkt hinter seinem Teamkollegen, hinter Roman Raschle. Also die beiden Cavas, Blitzstarter, kamen alle beide gut weg von den Positionen 3 bzw. 4. Dann ging es oben in diese Steilkurve oder in diese steile Anfahrt dort. Und da hat es dann auch geklappt, an Roman Raschle, am Teamkollegen vorbeizugehen. Der verliert allerdings auch gleich noch eine Position an Jesko Günther. Also Sutter, dann haben wir Jesko Günther, Raschle, Knobloch, Pesek. Und dann dürfte das schon, ja, das müsste Jaroslav Czerny und Kerschbaumer, müssten das dahinter gewesen sein. Also am Ende der ersten Runde sind wir hier auf der Start-Ziel geraten. Wieder Onboard-Aufnahmen von Daniel Sutter. Der natürlich nach dem zweiten Rang im ersten Rennen seine Führung in der Meisterschaft verloren hatte. An Jesko Günther. Und wollte natürlich zurückschlagen. Aber auch für Günther Knobloch ging es natürlich darum, hier wieder zurückzuschlagen nach Rang 3 im ersten Rennen. Das war alles andere als nach seinem Geschmack. Also er war da richtig geknickt. Er hat gesagt, mehr war nach dem ganzen Durcheinander in den ersten beiden Kurven für ihn leider nicht drin. Und damit hat er natürlich wertvolle Punkte verloren. Hier ging alles gut. Das war also erstmal viel, viel besser als im ersten Rennen. Und Daniel Sutter versuchte gleich sich abzusetzen von Jesko Günther Knobloch. Und Raschle dahinter auf den Positionen 3 und 4. Und hinten im Feld mächtig viel Gedränge. Also insgesamt wieder 17 Runden. Dann haben wir das Duell. Moser, Kerschbaumer, Pesek, Lin Ottner. Und hier Thomas Walter vor Jan Bühn. Thomas Walter, der hatte ja nach seinen 3 Nullern jetzt in Folge. Also zweimal 0 Punkte in Schleiz. Durch die zwei Ausfälle dann der Ausfall im ersten Rennen. Er hat gesagt, jetzt wird alles anders gemacht. Jetzt kommt der weiße Helm drauf. Jetzt kommt das Halsband oder das Halztuch weg. Das sind alles so Glücksbringer oder eben in letzter Zeit Unglücksbringer bei ihm gewesen. Und deshalb hat er vieles geändert. Wie gesagt, war nicht ganz zufrieden mit der Performance seines Motorrads hier am Wochenende. War da ein bisschen auch verloren im Posten. So, das ganze Feld immer noch ganz, ganz dicht beieinander. Aber wir haben schon gesehen, Thomas Walter wieder ein bisschen zurückgefallen. Hat da Positionen gegen Jan Bühn und Tatulaus Leto verloren. Auch Sarah Heide am Ende des Feldes ebenfalls auf einer Suzuki vom Team Suzuki Lauchs. Wir sind also in der dritten Runde. Vorne hat sich nichts getan. Moser dahinter auf 5. Dann Kerschbaumer, Pesek, Lin Ortner. Dann müsste das Czerny gewesen sein. Die Reihenfolge. Hier im Infield in dieser Doppellinkskurve. Da sind wir jetzt also. Colandrea ist da noch mit dabei. Dann von Gunten hinter Colandrea gewesen. Wir haben wir Reni Harmuth. Und Sarah Heide. Im Moment auf der viertletzten Position. Vorne. Jesko Günther ließ nicht abreißen. Also er blieb dran an Daniel Sutter. Aber im Moment noch keine Chance dort vorbeizugehen. Am Schweizer. Und da hebt schon einer die Hand. Und das müsste auf der Kawasaki Christian von Gunten sein. Der da also ausrollt. Sie sehen das links. Da geht es gerade aus. Um da niemandem im Weg zu stehen. Also da gab es technische Probleme an der Kawasaki. Und von daher das Aus in dieser vierten Runde für Christian von Gunten. Der ja erstmals an diesem Wochenende in dieser Saison in eine der ersten drei Startreihen. Nämlich auf Position 12 gefahren ist. Also für ihn das Rennen jetzt auch schon vorbei. Also da sollten auch noch bis zum Rennende ein paar Ausfälle dazukommen. Und auch ein paar die ganz ganz ärgerlich sind. Und auch entscheidend sein könnten im Kampf um den Meistertitel in der IDM Supersport. So Ende der vierten Runde. Jesko Günther ist ganz nah dran an Daniel Sutter. Schauen wir mal ob es da schon eine Attacke geben kann. Na da ist er zu weit weg. Allerdings dann diese Situation hier. Weite Linie von Daniel Sutter. Und da ist Jesko Günther dann doch vorbei. Also aus eigener Kraft hat es dann nicht geschafft. Da ist dem Daniel Sutter Ende Startziel der Gang rausgesprungen. Und deshalb musste er dort die weite Linie gehen. Und verlor seine Führung vorerst mal an Jesko Günther. Hier nochmal aus der Sicht von Daniel Sutter. Also da geht es die weite Linie entlang. Und dann ist Jesko Günther durch. Und auch Günther Knobloch ist plötzlich ganz ganz nah dran. Und kann hier natürlich den Windschatten ausnutzen. Beziehungsweise sich da ganz nah ran saugen. Und jetzt oben. Jetzt geht es diesen Stich nach oben. Und dann setzt sich Günther Knobloch neben Daniel Sutter. Und geht vorbei. Also damit auch noch Position 2 verloren. Der Daniel Sutter. Dahinter sehen wir dann Roman Raschle. Daniel Sutter holt sich allerdings hier auf dieser Geraden. Auf dieser nächsten Geraden. Vorerst mal Rang 2 wieder zurück. Also wieder vorbeigegangen. Ein Günther Knobloch auf der Yamaha von Derwin SKM Racing Team. So jetzt sind wir in dieser fünften Runde. Und jetzt gibt es gleich den nächsten Ausfall. Hier haben wir David Linordner. Noch hinter Moser, Raschle und vor Stefan Kerschbaumer. Allerdings sollte das jetzt das letzte Mal sein. Dass wir ihn fahrend erleben. Denn jetzt ging es in diese Kurve hinein. Und da hat er die Yamaha dann weggeschmissen. Und damit das Aus für ihn. Und damit war es auch für ihn beim Heimspiel nicht unbedingt ein ganz optimales Wochenende. Jetzt Angriff Günther Knobloch gegen Daniel Sutter. Schauen wir ob das in der nächsten Rechtskurve geht. Das geht. Und damit Jesko Günther vor Knobloch. Sutter, Raschle, Moser. Dann haben wir Kerschbaumer. Pesek, Kolandria. Czerny, Bühn, Lausleto, Wesso. Und dahinter dann auch noch Thomas Walzer gehabt. Also für David Linordner. Nachdem es im ersten Rennen ja dann nur noch zu Rang 12 gereicht hat. Weil er eben in diesen ganzen Getränke in den ersten beiden Kurven dabei war. Dann allerdings eben noch nach vorne gefahren ist. Rang 12 im ersten Rennen. Jetzt der Ausfall im zweiten Rennen. Also der hat sich mit Sicherheit auch viel, viel mehr versprochen. Und die Attacke von Daniel Sutter gegen Günther Knobloch. Das hat funktioniert. Und damit wieder Position 2 für Daniel Sutter. Also die ersten drei. Das war eigentlich so zu erwarten gewesen. Waren alle drei im Vorfeld hier schon mal testen gewesen. Die ersten drei der Gesamtwertung in der IDM Supersport. Und da war auch nach dem Training schon zu erwarten, dass die drei hier ein Feuerwerk abrennen werden. Auf der Strecke. Also wie die losmarschiert sind, das war schon eindrucksvoll. Da gab es kein Halten. Und da konnte eigentlich hier das ganze Wochenende niemand so wirklich mithalten aus dem Feld der IDM Supersport. Dahinter Raschle und Moser. Die beiden, das ist wieder das Duell, was wir ja schon aus Rennen 1 kennen. Also die hatten sich da ja auch das ganze Rennen über da richtig schön bekriegt. Stefan Kerschbaumer war ja auch noch mit dabei gewesen. Ist dann ja allerdings mit technischen Problemen zurückgefallen. Also da haben wir genau wieder das gleiche Duell. Hier hatten wir es im Bild. Raschle im Moment vor Mark Moser. Dann Kerschbaumer dahinter. Also die ersten drei und dann die nächsten drei. Das sind die gleichen Gruppen wie am Tag zuvor. Jetzt weite Linie von Roman Raschle. Und damit Mark Moser wieder vorbei. Auf Position 4 gefahren. Hier haben wir wie so. Thomas Walter, Luca Hansen ist da am Ende dieser Gruppe noch mit dabei. Genauso wie Gabriel Leuger, Konstantin Pisareff und Kevin van Leeuwen. Die sind dort also ebenso noch im Kampf um die Plätze 15 bis 10 involviert. Und wir haben Rennhalbzeit. Wieder die Attacke von Daniel Sutter vorbei an Jesko Günther und damit die Führung wieder übernommen. Und damit wäre im Moment mal wieder der Daniel Sutter Gesamtführender. Aber hier ist ja wie gesagt noch die Hälfte des Rennens zu fahren. Wir sind gerade mal in der achten von insgesamt 17 Runden. Also die ersten drei. Das gleiche Bild wie am Samstag über weite Strecken des Rennens. Da gelang es ja Günther Knobloch nicht an Jesko Günther und Daniel Sutter vorbeizugehen. Und Daniel Sutter hatte da ja auch lange Zeit geführt. Dann allerdings Jesko Günther vorbeigegangen und den Sieg relativ sicher nach Hause gebracht. Jetzt haben wir hinten die Attacke. Naja, die Attacke war es noch nicht ganz. Aber er ist zumindest mal ganz nah dran, der Günther Knobloch. Hier beim Halbenspiel am Jesko Günther. Also die Yamaha vom Rektor KM Racing Team. Im Moment noch vor der Yamaha vom Gerin SKM Racing Team. Und ganz vorne, da ist es allerdings im Moment grün. Nämlich eine Kawasaki vom Kawasaki-Schnock-Team Shell Edwards. So, wir schauen mal wer noch alles raus ist. Pisa Rev hier vorbei an Thomas Walter. Wir schauen mal wer noch alles raus ist. Also in Runde 5 Jaroslav Czerny dann ausgeschieden. Dann in Runde 6 Marco Negvassil vom Race Point Berlin. Der Youngster ebenso raus. Und in Runde 9 sollte dann auch noch Pepian Bisterbosch folgen. Genauso wie Jerzy Klesch auf der gelben Yamaha mit der Startnummer 62. Der Gaststarter aus der Tschechischen Republik ebenso raus. Hier in Runde 9. Dann haben wir Tattoo Lausleto. Naja, ebenso in diesen Sturz, in diese ganzen Vorfälle in der ersten Kurve im Samstagsrennen verwickelt war. Konnte allerdings weiterfahren. Und am Ende zumindest mal noch auf Position 8 vorfahren. Moser vor Raschle. Dann Stefan Kerschbaumer. So, Hansen jetzt ebenso noch vorbei an Thomas Walter. Also Thomas Walter jetzt zurückgefallen. Im Moment auf die 15. Position müsste das sein. Also da fehlt es schlichtweg Anleistung bei Ziesel aus Schleitz. Daniel Sutter versuchte sich jetzt abzusetzen hier von Jesko Günther und Günther Knobloch. Dann haben wir Moser, Raschle, Kerschbaumer. Da hat sich auch nichts getan. Dann Pesek, Colandrea, Jan Bühn, Tattoo Lausleto. Dann haben wir Dominic Weso auf der nächsten Yamaha. Dann Kevin van Leeuwen, Pisareff, Hansen und Thomas Walter mit der Staukummer 77. Und dahinter dann Gabriel Leuger auf der nächsten Suzuki vom Team Suzuki Mayer. Vorne die ersten drei fast im Gleichschritt. Leichte Vorteile im Moment für Carver-Pilot Daniel Sutter. Er konnte sich da also minimal, aber wirklich nur minimal absetzen. Sie sehen das hier im Bild. Das war eigentlich kaum der Rede wert. Aber er war eben doch immer ein bisschen schneller. Aber nicht in allen Streckenabschnitten. Jesko Günther, der hatte seine Vorteile im zweiten Streckenabschnitt. Er kam da immer wieder ein bisschen näher ran. Das, was er auf dem ersten Abschnitt verloren hat, das hat er dann im zweiten und dritten alles wieder so ein bisschen aufgeholt. Aber trotzdem reichte es für Daniel Sutter im Moment, sich ein bisschen abzusetzen, der uns ja zu Beginn des Rennens hier diese Onboard-Aufnahmen noch geliefert hatte. So, Colandrea, Pesek und Jan Bühn. Also Colandrea auf der Yamaha auch ein richtig starkes Wochenende gefahren. Ebenfalls zum ersten Mal in die dritte Startreihe gefahren. Also ebenso gut wie Christian von Gunten gewesen hier im Training ist Colandrea ja in diesem Jahr auch noch nicht gelungen im Vorfeld. Und das Rennen hier, das lief für ihn auch richtig, richtig gut. Und diese Dreiergruppe, die blieb da also vorerst mal zusammen. Lausleto kämpft da um den Anschluss. Und Luca Hansen war da schon ganz nah dran an. Das müsste WESO gewesen sein. So, weite Linie, etwas weitere Linie bei Günther Knobloch. Allerdings alles kein Problem. Hat nach hinten hin genug Luft und so wirklich viel verloren hatte da auch nicht. So, wir sind in der 13. Runde. Und jetzt sollte sich dann so langsam aber sicher hier schon ein bisschen was tun. Auch mit Blick auf die Gesamtwertung. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Gabriel Leuger jetzt direkt hinter Thomas Walter. Also Thomas Walter, der verlor pro Runde richtig deutlich. Und musste sich eher nach hinten orientieren. Also so ein bisschen den Spaß hat es ihm. Oder den hat er am Wochenende hier schon verloren. Günther Knobloch jetzt auch schon mit einem deutlichen Rückstand auf Sutter und Jesko Günther. Hatten wir gerade noch ein Bild gesehen. Also der hat jetzt hier auch leichte Probleme, das Tempo der beiden Spitzenreiter mitzugehen. Vorne allerdings ganz knapp zwischen Sutter und Jesko Günther. Und plötzlich, plötzlich, das Bild hier. Also Jesko Günther vorne vor Günther Knobloch und es fehlt uns Daniel Sutter. Und Daniel Sutter scheidet hier nach 13 Runden aus. Also eingangs der 14. Runde das Aus für den Schweizer. Und das ist natürlich eine ganz, ganz ärgerliche Sache. Er hat das Motorrad nicht in den Dreck gelegt, sondern da gab es ein technisches Problem am Motor. Er hat gesagt, ich hätte ja ganz gerne noch weiter gemacht, aber das Motorrad wollte nicht. Und da gab es also einen Motorschaden. Und deshalb das Aus für ihn hier kurz vor dem Ende. Und er war ja in Führung liegend. Und das wäre natürlich ganz, ganz wichtig gewesen mit Blick auf die Gesamtwertung. Jetzt freie Fahrt für Jesko Günther hin zum Doppelsieg an diesem Wochenende. Und damit würde er sich natürlich auch die Führung in der Gesamtwertung zurückholen. Hätte dann im Moment mal 17 Punkte Vorsprung auf Günther Knobloch. Der dann natürlich Position 2 in der Meisterschaft übernehmen würde. Wenn die denn das jetzt hier noch diese 2,5 Runden bzw. 2 Runden sind es jetzt nur noch über die Bühne bringen. Also bei Carver, da hatte man leichte Probleme an diesem Sonntag bei diesen tropischen Temperaturen. Also 48 Grad Strecken Temperatur, Asphalt Temperatur. Da und außen rum in der Sonne, da waren es gut und gerne auch 40 Grad. Also es war schon richtig hart und das konnten die Motoren scheinbar nicht wirklich ab. Werden ja Christian von Gunten schon zu Beginn des Rennens gesehen, der ausgefallen war mit technischen Problemen. Und jetzt eben auch Daniel Sutter. Schade, schade. Aber noch ist da nichts verloren. Also selbst wenn Jesko Günther dieses Rennen jetzt gewinnt und diese letzte Runde, diese letzten 4,326 Kilometer ordentlich über die Bühne bekommt, 25 Punkte holt und hier einen Doppelsieg feiert, wenn der Knobloch Rang 2 nach Hause bringt, dann ist für Daniel Sutter noch nicht alles verloren. Also er hat dann zwar einen ordentlichen Rückstand schon, hat dann 11 Punkte Rückstand auf Günther Knobloch und 28 Punkte auf Jesko Günther. Aber wie schnell das gehen kann, haben wir hier im Rennen gesehen. Jesko Günther auf den letzten Metern, dann Knobloch und Marc Moser, der kam dann nochmal näher ran an Günther Knobloch. Und hier haben wir Roman Raschle auf Position 4. Da brennt auch nichts mehr an. Stefan Kerschbaumer wird Fünfter und dahinter dann Pesek auf der 6. Und dann diese Gruppe mit Jan Bühne, Lausleto und Kolandria. Die haben wir gesehen und dann war es vorbei. Jesko Günther feierte einen Doppelsieg am Ende hier. Relativ ungefährdet, profitierte natürlich ein bisschen davon, dass Daniel Sutter hier das Rennen nicht zu Ende fahren konnte. Günther Knobloch wird beim Heimspiel einmal Dritter und hier im zweiten Rennen Zweiter. Freute sich, natürlich hätte er ganz gerne mindestens mal einen Sieg geholt. Aber seine Laune im Vergleich zum Samstag, dann am Sonntagnachmittag doch deutlich besser. Und die beiden lassen sich zu Recht hier feiern. Sind ein ganz starkes Wochenende gefahren, ganz starkes Rennen gefahren. Und es war richtig, richtig spannend da vorne. Und damit wollen wir drauf schauen aufs Endergebnis hier dieses zweiten Supersportlaufes auf dem neu eröffneten Red Bull Ring. Johann Bauer und Randy Hamut haben wir hier noch im Bild. Das sind dann die Positionen 16 und 17. Und jetzt schauen wir uns die ersten 15 nochmal in der Übersicht an. Jesko Günther, also vor Günther Knobloch und Marc Moser. Das ist das Siegerpodest. Dann Raschlik, Herrschbaumer, Pesek, Jan Bühn, Lausleto, Kolandrea auf 9, Luca Hansen 10, Weso, Kevin van Leeuwen. Dann haben wir Konstantin Pisarew aus der Ukraine auf 13, Thomas Walter wird 14. Und Gabriel Leuker 15. Und jetzt noch der Blick auf die Gesamtwertung. Und dann freuen wir uns auf ein spannendes Finale in Hockenheim. Jesko Günther, also im Moment 17 Punkte vor Günther Knobloch. Dann Daniel Sutter, Lin Ordner, also nur noch Günther Knobloch und Sutter mit Chancen auf den Titel in dieser Saison.